Hallo, in diesem Video geht es um den Gebrauch von Satzzeichen, also Komma oder Punkt oder Anführungszeichen bei der Verwendung wörtlicher Rede. Lass uns nochmal kurz erinnern, was wörtliche Rede überhaupt ist. Wörtliche Rede ist die Wiedergabe von Gesagtem in unveränderter Form. Sie wird durch Anführungszeichen markiert. Die Lehrerin sagt, passt gut auf. Machen wir doch, sagen die Schüler. Sicher sind euch schon einige Besonderheiten und Fragen bei der Zeichensetzung aufgefallen. Zunächst die Anführungszeichen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. Probiere es am besten.